Willkommen zum E-Mobility Update. Heute ist Montag, der 5. Juni 2023. Und das sind zum Start in die neue Woche unsere Top-Meldungen. Tesla öffnet neue Service-Center in NRW, Lucid gibt Aktien im Milliardenwert aus, ID.Bus mit langem Radstand, Ionity passt sein Preismodell an und Aldi Nord setzt 10 e-Lkw ein. Tesla expandiert weiter in Nordrhein-Westfalen. In Düsseldorf-Lierenfeld hat der US-Hersteller ein von Grund auf neu errichtetes Tesla-Center eröffnet. Zudem folgt in Krefeld die Einweihung der ersten eigenen Karosseriewerkstatt von Tesla in Deutschland. Diese bezeichnet der Hersteller als Body Shop. Dazu gleich mehr. Für das am 1. Juni in Düsseldorf-Lierenfeld in Betrieb gegangene multifunktionale Tesla-Center wird die bisherige Zweigstelle in Holthausen geschlossen. Damit folge man der gesamtdeutschen Strategie, wie der Hersteller in einer Mitteilung schreibt. In deren Zuge werden vermehrt vollumfängliche All-in-One-Center in den wichtigsten Städten und Ballungsräumen errichtet. Tesla operiert dabei ohne Händler oder Importeure und betreibt ergo sämtliche Niederlassungen eigenständig. Die neue Düsseldorfer Einrichtung in der Königsberger Straße 100 liegt im Osten der Landeshauptstadt und weit der A46. Sie vereint auf 3.300 Quadratmetern Vertrieb, Wartung sowie die Auslieferung von Neufahrzeugen. Abdecken soll sie den Service für Kunden aus Düsseldorf und der Umgebung. Der bisherige Standort in Holthausen, der lokalen Kunden bislang als Vertriebsanlaufstelle und Werkstatt diente, machte gleichzeitig zu. Eine Besonderheit des neuen Düsseldorfer Centers ist, dass es sich um einen Neubau handelt. Dies sei nur bei zwei Tesla-Centern in Deutschland der Fall, heißt es. Ebenfalls in NRW befindet sich ab sofort Teslas erste Karosseriewerkstatt Deutschlands. Diese hat am Freitag in Krefeld ihre Tierrunden geöffnet. Der rund 2.000 Quadratmeter große Bodyshop dient der gezielten Erweiterung des Tesla-Service-Netzwerks zwischen Rheinland und Ruhrgebiet. Regionale Kunden können vor Ort oder über ihre Tesla-App Termine für Karosserie- und Lackarbeiten sowie Glasschaden und Unfallschaden-Instandsetzungen buchen. Tesla betreibt in Europa in mehreren Ländern eigene Bodyshops. Der US-Elektroautohersteller Lucid Motors will über die Ausgabe von Aktien frisches Kapital in Höhe von rund 3 Milliarden US-Dollar beschaffen. Das sind umgerechnet 2,8 Milliarden Euro. Der Großteil kommt vom Hauptaktionär, dem Saudi-Arabischen Public Investment Fund. Dieser ist bereits mit mehr als 60 Prozent an Lucid beteiligt und erwirbt im Rahmen einer Privatplatzierung rund 266 Millionen neue Lucid-Aktien im Gesamtwert von etwa 1,8 Milliarden Dollar. Während jener Betrag durch die Zusage aus Saudi-Arabien gesichert ist, gilt das für die restliche Summe nicht. Rund 1,2 Milliarden Dollar sollen durch ein öffentliches Angebot über 173,5 Millionen Stammaktien eingenommen werden. Sofern all diese Aktien gezeichnet werden, bleibt der Anteil der Saudis bei 60,5 Prozent. Falls nicht, könnten sich die Verhältnisse verschieben. Der Nettoerlös der Aktienemissionen, sowohl aus der Privatplatzierung als auch dem öffentlichen Angebot, soll für allgemeine Unternehmenszwecke ausgegeben werden. Konkret werden Investitionen und Betriebskapital genannt. Wie wichtig die Beschaffung des frischen Geldes für das Unternehmen ist, zeigt ein Blick auf die aktuelle Quartalsbilanz. Ende März lagen die Barreserven von Lucid Motors noch bei 900 Millionen Dollar. Im ersten Quartal war der Umsatz zurückgegangen und der Verlust gestiegen. Denn die Ausgaben bleiben hoch. Volkswagen bringt den ID.Bus nun auch in der lange angekündigten Siebensitzer-Version auf den Markt. Das gestreckte Modell wurde vor allem mit Blick auf den US-Markt entwickelt und am Freitag auch dort enthüllt. Der Stromer wird im kommenden Jahr die Rückkehr des VW-Busses nach Nordamerika markieren. Aber auch für europäische Kunden bringt der Siebensitzer einige Technik-Upgrades. Derzeit baut VW-Nutzfahrzeuge in Hannover nur die Standardversion des ID.Bus und ID.Bus Cargo mit 3 Metern Radstand und 4,71 Metern Länge. Das wird der nun offiziell noch als seriennahe Studie vorgestellte ID.Bus Long Wheelbase ändern. Die 25 Zentimeter zusätzliche Länge entfallen komplett auf den Raum zwischen den Achsen. Der Radstand wächst also auf 3,25 Meter. Die Überhänge vorn und hinten bleiben gleich. Das streckt den Bus optisch etwas und schafft nicht nur mehr Platz im Innenraum, sondern verbessert auch den Zugang zu den Sitzreihen 2 und 3. Die Schiebetüre wird ebenfalls größer. Die Gesamtlänge bleibt mit 4,96 Metern aber knapp unter der 5-Meter-Grenze. Der Kofferraum wächst dadurch auf bis zu 2.500 Liter. Neben der Siebensitzer-Version mit drei Sitzen in der zweiten Reihe wird es auch einen Sechssitzer mit vier Einzelsitzen im Fond geben. Dank des verlängerten Radstands passt auch eine größere Batterie in den ID.Bus LWB. Dabei handelt es sich um jenen Akku mit 85 Kilowattstunden netto, den VW erstmals im ID.7 vorgestellt hat. Abgaben zur Ladeleistung des größeren Akkus macht VW nicht. Im ID.7 wurden bis zu 200 kW genannt. Der größere Akku ist aber nur optional, kostet also Aufpreis. Standardmäßig ist der bekannte 77 Kilowattstunden Akku mit maximal 170 kW Ladeleistung verbaut. Reichweiten nennt VW ebenfalls noch nicht. Klar ist aber, dass der ID.Bus LWB einen anderen Motor erhält als die bekannte Standardversion. Statt der 150 Kilowatt Antriebseinheit ist die ebenfalls im ID.7 eingeführte Variante APP550 verbaut. Diese bietet 210 kW Leistung und die namensgebenden 550 Newtonmeter maximales Drehmoment. Der APP550 soll sich zudem durch eine verbesserte Effizienz auszeichnen. Außerdem ist eine neue Wärmepumpe verbaut. Zudem kündigt VW für das kommende Jahr auch eine Allradversion namens ID.Bus GTX an. Ionity hat zur Sommerreisezeit die Konditionen seines Abonnementmodells Ionity Passport angepasst. Die Monatsrate wird günstiger, dafür steigen die Kosten pro Kilowattstunde. An den bekannten 79 Cent pro Kilowattstunde für das Ad-Hoc-Laden ändert sich aber nichts. Eingeführt hat der Ionity das Passport-Abo im Oktober 2021. Für Neuabschlüsse ab dem 6. Juni entfällt die Mindestvertragslaufzeit von bisher 12 Monaten. Der Ionity Passport ist jederzeit mit einer Frist von einem Monat kündbar. Und soll sich somit auch für einzelne Monate mit langen Fahrten, etwa für den Urlaub, rechnen. Die Monatsgebühr sinkt von vormals 17,99 Euro auf 11,99 Euro. Bisher konnten die Kunden allerdings den Ladepreis deutlich senken, und zwar auf 35 Cent pro Kilowattstunde. Gemäß dem neuen Preismodell liegen die Konditionen pro geladener Kilowattstunde Strom immer 20 Cent unter dem aktuell gültigen Tarif Ionity Direct. Wer beispielsweise mit dem Ionity Passport in Deutschland lädt, zahlt künftig 59 Cent pro Kilowattstunde. Ionity rechnet vor, dass sich das Abo im Vergleich zum Ionity Direct-Tarif, also den 79 Cent, bereits ab 60 Kilowattstunden pro Monat rechne. Aldi Nord hat 10 Elektro-LKW eingeflottet. Die Volvo FM Electric kommen in unterschiedlichen Regionalgesellschaften in mehreren Bundesländern zum Einsatz, um sie unter diversen topografischen Bedingungen zu testen. Wie der Discounter mitteilt, werden die Elektro-Trucks auf die Depots in Bagteheide bei Hamburg, Herthen und Rade vom Wald in NRW sowie Seefeld bei Berlin verteilt. Das soll den Einsatz von urban bis ländlich sowie von der Flachebene bis zu bergigem Land ermöglichen. Aldi Nord hat sich dabei für den FM Electric seines langjährigen Partners Volvo Trucks entschieden. Die schweren E-LKW bieten bis zu 490 kW Leistung und sind mit sechs Batterien mit insgesamt 540 Kilowatt Kapazität ausgestattet. Das soll eine Reichweite von bis zu 300 Kilometern ermöglichen. Die Trucks beliefern rund sechs Filialen am Tag. Mit den zehn elektrischen LKW will das Unternehmen pro Jahr 486 Tonnen CO2 einsparen. Das war unser erstes E-Mobility-Update der neuen Woche. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in dieselbige und sind schon morgen mit fünf frischen Themen zur Elektromobilität wieder für Sie auf Sendung. Das war unser erstes E-Mobility-Update der neuen Woche.